hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge von live in the woods und minimal verbesserten fps also mit minimal spreche ich von man hat jetzt keine verbesserung mehr hier das ist ein bisschen das ist ich verstehe es einfach nicht wie es jetzt einfach kommt und wir müssen irgendwie damit leben jetzt also ihr vor allem ist damit leben hier kann hat ja relativ scheißegal seien jetzt mal so glinde gesagt wo ist eine line am server schön endlich können wir vielleicht hat der server sie gerade alle runter fp ist möglicherweise möglicherweise können wir uns jetzt aber auch einfach unseren schmutzigen trieben hier du weißt was ich sagen möchte es hat mit blumen zu tun moment opferde genau mit blumentopferden hat das auch zu tun ich versuche das jetzt erstmal alles abzustecken ich glaube wir brauchen aber auf jeden fall noch ein paar zäune also hier unten ist es jetzt eine tomate angepflanzt und eine bell pepper wo bist du an unserem furzteich da unten oder was ja okay ich reiß hier gerade den zaun weg ach da bist du ja ich sehe dich hallo 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 unge du hast doofe ohren ich sehe dich nicht ich bin hier hinten an der ecke weil ja ich musste hier den neuen zaun setzen weißt du da verstehst du das denn nicht einfach nein okay ja das ist wegen dingen kann ich da durchlaufen wieso kann ich das nicht abbauen blöd dafür hallo wieso kann ich bin hier oben übrigens ne birken ich sehe die müssen sterben hast jetzt immer noch den schädel aus einfach weil besser oder ja gut du kannst es ja machen aber ich muss ja ein bisschen die optik machen auch ne machst du gleich noch ein bisschen zäune so 64 einmal also als deckchen ich versuch's mal kannst du holz für nehmen wie du lustig bist ist scheißegal welches einfach das wovon noch viel da ist oder birke wirken holz erscheinen hast du noch ein ohrwurm jetzt nein warum schreist du so hörst du schreiber ich muss ich höre ja was für schreimusik hörst du denn urlaubseinstimmung schreimusik heute um service hat wieder wie ein taubenschlag der eine kommt der andere geht der andere verpisst sich und vor allen dingen die elia die ist ja ganz schlimm wieso setzt sich da eine fackel hin nicht blöde so zwei drei vier fünf ich hoffe ich sehe hier die markierung das kann echt und schiss das kann echt noch ein problem werden ja weil ich kann ja auch da bauen wo ich eigentlich normalerweise nicht bauen können dürfte es wird übrigens dunkel ja aber hier oben ist das rotes session genau bis hierhin darf ich bauen du bist echt witzig ich darf das mit jedem holz machen was ich finde ich suche dann erst mal ne ja in alle fünf truhen verteilt so ungefähr drei stück so ja wir müssen die truhen sowieso mal nach unten bringen ich habe ein bisschen angst im ball gerade ich will nicht mal nach hause kommen was habe ich jetzt knoblauch ist auf knoblauch gefunden guck mal es wird lecker kochen immer hallo christopher ich baue mal truhen ne oder haben wir immer eine truhe die ich gerade mal wegreißen kann wo nicht so viel drin ist ich baue mal eben eine truhe ich baue mal eine doppeltruhe bitte manchmal doppeltruhe bau und 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 bau alles vor mir du müllst ja wieso muss ich eigentlich immer arbeiten hier wie baut man jetzt noch mal einen zaun sticks erstmal sticks bauen ach so ist das stein das ist ein stein deswegen geht das auch nicht so schnell granit da bei sich auf granit wenn ich hier am plüppeln bin und dann äh ja so wie man halt einen zaun macht ne ja fast ja ja genau schon einen zaun gemacht aber so ähm bauen wir die ersten kisten mal hin ich hab keine ahnung wo wir das jetzt hier genau anlegen wollen ich mach mir erstmal hier das zeug weg quatsite ist die höhe so in ordnung die raumhöhe oder ruhig noch ein bisschen höher oder bisschen flacher oder wer hättet denn gerne frau ist so gut frau ist abgelenkt ich bin überfordert mit saun bauen ok ich hab 13 fps das ist so traurig hier bei normalen bauen also glöcke abbauen geht es ja noch das ist ja relativ wurscht wieviel fp man hat aber wenn man läuft und die kamera dreht das ist so kohle ich hab kohle gefunden ich hab kohle gefunden im keller ich hab kohle 14 Zäune. Das war meine Spitzacke. 14. Das aber viel. So. 22. wie gefällt mir der boden noch nicht so ganz ist einfach mal kein unterschied macht welchen schilder ich drin habe was freust du dich stelle fest dass hier einfach nur chaos herrscht ja ich baue doch hier gerade neue kistenkind mal doch nicht immer schimpfen mit mir so ist ein paar auf also sorry leute das jetzt ohne schilder spiel aber es geht einfach gerade nicht punkt ich will mir das nicht länger angucken in diesem geläge das ist einfach nur es sieht zwar unglaublich hässlich aus jetzt aber es ist wenigstens mit 47 fps relativ flüssig kann man sich allerdings mal angucken ja das tut mir leid also irgendwann hört der spaß hat auf also um die 20 halte ich noch für okay aber wenn es noch weniger wird dann ist es halt einfach nur noch scheiße mal ganz salopp gesagt und da habe ich jetzt nicht so wirklich die motivation zu dann auch noch wirklich was war da gucke ich mir lieber eigentlich hässliche kacke an ich habe halt null ahnung wo dann es liegt und wenn es einfach daran liegt dass irgendjemand hier irgendeinen scheiß hingebaut hat dann hagelt es mal wieder ein paar bands ja da gab es ein paar regeln und wegen kein redstone ja ich weiß es ja nicht ob es daran liegt ein verdammter axt jetzt ist auch schon 23 ansonsten müssen wir einfach irgendwo anders bauen wenn es hier nicht geht stimmt ich kann eigentlich die region löschen und woanders hinziehen ist ja dunkel oder immer noch immer noch weiter bauen jetzt sind es null chunk updates vier okay was wahrscheinlich gerade irgendwas gebaut oder sowas Nein, Atomics, ich habe bestimmt nicht die Render Distance runtergestellt. Nein, natürlich nicht. Ist auf 8. Vielleicht sollte ich einfach nochmal gucken. Ja, auf 2, super. Ja gut, kann man natürlich auch machen. Dann sollte es vielleicht auch stabiler... Das war der falsche Knopf. Dann sollte es vielleicht auch stabiler bleiben. Warum bist du gestorben? Weil ich mich so lange in die Tiefe gestürzt habe, dass ich verhungert bin. Na warten wir, da ist es einfach mal 44, 46, 45, 46. Geiler Himmel. Sonnenaufgang. Ja gut, aber 2 Chunks Laderreichweite ist halt auch schon echt hässlich, oder? Beziehungsweise 3 jetzt in meinem Fall. Ich meine, wir sind bei 37 FPS jetzt gerade, also 42, können wir lassen. Solltest du vielleicht auch so einstellen, dann kannst du auch wieder mit Shader spielen. Ich lass' ich lass' es jetzt erstmal so. Ja gut, ist halt echt wenig, ne? Mich kotzt halt einfach nur an, dass dieses Java einfach so unglaublich behindert ist. Dass man auf sowas zurückgreifen müssen, obwohl das System absolut high-end ist. Wir reden jetzt hier nicht über irgendeine Schrommelmöhre, sondern halt tatsächlich über, ja, sagen wir mal ein 1500 Euro Setup. Also, äh, hä? Da sollte so ein behindertes Scheiß-Minecraft doch auch mal laufen, ey. Ich setze sie einfach erstmal in die erste Kiste hin, ne? Okay. Die du in der Tasche hast. Nein. Du bist hier natürlich ein bisschen luftig geworden. Wie nein? Hast du mir die auch gegeben, oder wie? Ich hab ne zweite Angel geangelt. Verzaubert. Oh, wie schön! Da freut sich auch der Fidolin. Du hast eine ganze Doppelkiste gebaut. Das ist ja schon auch fleißig gewesen hier, ne? Ich sollte vor allem auch erstmal Zäune bauen. Und die hab' ich auch gebaut. Mhm. Okay. Wir kommen da auf jeden Fall dran. Wollen wir in die Farmwelt gehen? Ich bin grad am Angeln. Aber von mir aus, ich angle jetzt gerade das eine. Toll zu Ende, dann komm' ich und dann hol' ich meine Cripp. Also ein Schwert. Ja. Ich, äh, bau' Zäune. Hast du die Zäune? Äh, 35 ist mir gebaut. Dann geh' ich mal wieder nach da hinten. Äh, das ist das falsche hinten. Das ist vorne. Ist lustig, wenn man da mit durcheinander kommt, ne? Und alle verwirrt. Hinten ist vorne. Weil vorne hinten ist. Und hinten ist auch oben. Wäre vorne nicht hinten, dann... ...wäre der Popovic... ...nein, wir machen keine Witze über Popovic. Hm. Ich glaube, hier möchte ich das runter... Ja, ich mach' mal ein bisschen Terraforming. Ich mach' das hier mal ein bisschen runter. Weil... ...dann können wir den Zaun hier unten einfach gerade durchlaufen lassen. Mehr oder weniger. Und das ist hier sowieso einfach irgendwie merkwürdig. Von... Also, ich hab' jetzt alles. Terraingineleport. Du hast... Was hast du alles? Achso, für die Farben. Geh' ruhig. Ich mach' hier, wie gesagt, den Zaun fertig. Ich mach' hier, äh... Dinge. Hallo, Alexandre. Dra, dreht Rudri. Dre... Alexandre, ja. Wahrscheinlich, äh... Wahrscheinlich Französisch oder Englisch, weil es steht auch Hello, da und nicht. Hallo, das ist... Ja, hello, good sir, of the tomorrow. Nein. Nein, Alter, warte, warte. Du hässlicher, geh' weg, geh' weg, geh' weg, geh' weg, geh' mir die Mütze. Jetzt hab' ich mich erschreckt. Nein! Zischbomb? Hm, zischbomb und klack und... Da kommt nicht durch. Nee. Oder leck's? Ich glaub, es leckt. Leck's? Ich war... Ähm. Ja, ich hab' den... Nee, ist ganz schön schattig, ne? Deswegen kommen die überall auch. Also, solange ich hier auf meinem Grundstück umspiele, kann ich die Renderlisten zulassen. Das ist vollkommen okay, das merkt kein Schwein. Weil die sind sowieso überall Bäumchens. Wobei, das Tor könnte man eigentlich direkt zu lassen, aber... Ja, guck mal schön, so. Das Tor ist geil. Den Block darf ich eigentlich nicht mehr abbauen hier, ne? Welcher? Da ist ein Block. Du darfst erst recht nicht. Ich bin nicht da. Ich kann auch gar nicht. Fehler kann mal wieder nix. Ich glaub, wir machen hier aber ein anderes Tor hin. Ähm. Ich lass das Ding jetzt hier einfach mal gerade so stehen, damit wir... Ich brauch' ne Schuppe, verdammt. Ich hab' jetzt gerade ein Lilienblatt geangelt. Oh, Dazite. Aus Dazite kann man schöne Steine bauen übrigens. Äh, Zäune. Ah, hier kann ich so'n kleinen Knuffelweg dann rüber bauen. Knuffelweg, wie süß. Mach dich nicht über mich lustig. Du weißt, dass ich behindert bin. Knuffel-Nuffel-Nuffel-Nuffel. Ich brauch'n Bier. Die alte wird schon wieder anstrengend. Aber dann wird nicht ein Wiss gekriegt. Doch nicht um diese Uhrzeit, meine lieben Freunde. Nein, das ist doch mal viel zu früh. Kein Bier vor vier hier. Wieso hab' ich eigentlich keine Schuppe mehr? Wieso hab' ich den Knoblauch eigentlich noch in der Tasche? Und wieso hat das Wort so viele Worte? Scotch-Knoblauch. 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 Boah, wir müssen hier unbedingt mal ein paar Bäume wegnehmen. Ist viel zu baumig hier im Wald. Alter, guck mal, da ist das Meer. Scheiße, ich will mein Grundstückgröße haben. Nochmal. Ja, guck, ja, wie viel Geld hast du denn eigentlich mittlerweile? Wie konnte man das gucken? Das lass' ich dich jetzt mal selber rausfinden. Das ist so naheliegend. Mehr? Ohne Info. Genau. Süß, oder? 600. Ja. Ja, das ist wirklich süß. Du solltest mehr spielen, Frau. Aber ist ja egal. Ich bin ja sowieso immer da. Das heißt, wir können das auch durch Milch generieren. Guck mal, da hat dir jemand geholfen. Das hat nicht nett? Ich hab's doch schon. Trotzdem danke. Ähm... Zaun, was machst du da? Danke. Gib mir das. Ne, Zaun, gib mir. Wackelzaun. Nein, das klapperzaun ist das. Die Frage ist jetzt hier gerade. Und die Delayzeit ist heute gar nicht mal so gucken. Schwert, glaube ich, der werde ich noch. Nein, wir singen das jetzt nicht. So, hier irgendwo muss jetzt auch nochmal so eine Klammer kommen, irgendwann. Früher oder später. Ich weiß noch nicht wann genau. Hier auf diesem Ding begab es sich zu einer Zeit. Hoppa! Dass ich da schon gar nicht bauen durfte. Ich mach mir das echt einfach, ne? Dass ich mit den... Oh, ich werde gleich sterben übrigens. Ist das schlimm? Ein bisschen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist das Schlimmste. Egal. Über den Bäumen. Ei, ei, ei. Ach, hier ist ne Klammer. Da ist ne Burt. Au. Da ist ein Loch. Das ist die alte Klammer. Glaube ich. Das heißt, die neue müsste irgendwo hier hinten sein, tatsächlich. Aber wäre das schön, wenn wir bis hier hinten dran kämen würden. Ich glaube, wir sind schon wieder von dem Überziehen. Deswegen machen wir mal ganz kurz einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und... Tschüss. Kahître Musik. O. Schn mal kas, wir baut.